Der Narr liest Die drei Musketiere von Alexandre Dumas Kapitel 56 Das Gericht Es war eine sturmbewegte, finstere Nacht, unheilschwangere Wolken trieben am Himmel hin und umflorten den Glanz der Sterne. Der Mond sollte sich erst um Mitternacht erheben. Bisweilen bemerkte man beim Schein eines Blitzes, der am Horizont funkelte, die Straße, die sich weit und einsam hinzog, und mit dem Erlöschen des Blitzes kehrte dieselbe Dunkelheit zurück. Athos rief jeden Augenblick d'Artagnan zu, der immer dem kleinen Zug vorausritt und forderte ihn auf, in sein Glied zurückzukehren, das er aber sogleich wieder verließ. Er hatte nur einen Gedanken, den vorwärts zu gehen, und er ging. Lord Winter, Portos und Aramis hatten es wiederholt versucht, den Mann im roten Mantel anzusprechen, allein dieser verneigte sich auf jede an ihn gestellte Frage und gab keine Antwort. Somit sahen die Reisenden ein, dass der Unbekannte aus triftigen Ursachen stillschweige und drange nicht langer forschend in ihn. Außerdem nahm der Sturm immer mehr zu, die Blitze folgten sich rascher, der Donner brüllte, und der Wind der Vorläufer des Orkans brauste durch die Fläche. Der Reiterzug setzte sich in schnellen Trab. Als man über Frommel hinaus war, brach der Sturm los, man zog die Mäntel zusammen. Es waren noch drei Meilen zurückzulegen, man legte sie unter Regengüssen zurück. D'Artagnan hatte seinen Hut abgenommen und den Mantel nicht angetan, es machte ihm ein Vergnügen, das Wasser über seine glühende Stirn und seinen von Fieberfrost geschüttelten Leib rinnen zu lassen. Als die kleine Schar durch Gloskal ritt und eben vor dem Posthaus stand, trat ein an einen baumgelehnter Mann hervor, legte seinen Finger auf die Lippen und ging bis in die Mitte der Straße. Arthos erkannte Grimaud. »Was ist es?« rief D'Artagnan. »Hat sie etwa Hermetier verlassen?« Grimaud machte mit dem Kopf ein bejahendes Zeichen. D'Artagnan knirschte mit den Zähnen. »Stille, D'Artagnan!« rief Arthos. »Ich nahm alles über mich, und so kommt es mir zu, Grimaud zu fragen.« »Wo ist sie?« Grimaud streckte die Hand in der Richtung des Lüflos aus. »Weit von hier!« Grimaud wies seinem Herrn seinen gebogenen Zeigefinger. »Allein?« fragte Arthos. Grimaud bejahte es durch ein Zeichen. »Meine Herren!« sprach Arthos. »Sie befindet sich eine Meile von hier, in der Richtung des Flusses.« »Gut!« versetzte D'Artagnan. »Führe uns, Grimaud!« Grimaud schritt quer durch das Feld und diente dem Zug als Führer. Es zuckte ein Blitz. Grimaud streckte den Arm aus, und bei dem bläulichen Glanze der Feuerschlange gewahrte man ein kleines vereinzeltes Haus am Ufer des Flusses, hundert Schritte von der Furt. Ein Fenster war erleuchtet. »Wir sind am Ziele!« sagte Arthos. In diesem Moment erhob sich ein Mann in einem Graben, wo er lag. Es war Musketon. Er zeigte mit dem Finger nach dem erhellten Fenster hin und sagte, »Hier ist sie!« »Hon basant?« fragte Arthos. Indes ich das Fenster bewachte, hütete er die Tür. »Wohl!« versetzte Arthos. »Ihr seid alle treue Diener!« Arthos sprang von seinem Pferde, dessen Zügel er in Grimauds Hände gab, und ging auf das Fenster zu, nachdem er den anderen durch einen Wink bedeutet hatte, sich nach der Tür zu wenden. Das kleine Häuschen ward von einer lebenden zwei bis drei Fuß hohen Hecke umschlossen, Arthos setzte über diesen Zaun und kam bis zu dem Fenster, das ohne Balken war, dessen Halbvorhänge aber sorgsam zugezogen waren. Er kletterte an das steinerne Gesims, um sich mit dem Auge über die Höhe der Vorhänge zu erheben. Er sah beim Schimmer einer Lampe eine in einen dunkelfarbigen Mantel gehüllte Frau, die neben einem verglimmenden Feuer auf einem Schemel saß. Sie stemmte ihren Ellbogen auf einen armseligen Tisch und legte ihren Kopf in ihre elfenbeinweißen Hände. Man vermochte ihr Antlitz nicht wahrzunehmen, doch zog ein finsteres Lächeln über Arthos Lippen hin. Es war kein Irrtum annehmbar, es war dieselbe, die er suchte. In diesem Moment wierte ein Pferd. My Lady blickte rasch empor, bemerkte dicht am Fenster das blasse Angesicht von Arthos und stieß einen Schrei aus. Arthos ersah, dass sie ihn erkannt habe, dies mit dem Knie und der Hand an das Fenster dieses Wich, die Scheiben zerbrachen, und so sprang Arthos in das Gemach, ähnlich einem Rachegespenst. My Lady stürzte nach der Tür und riss sie auf. D'Artagnan stand an der Schwelle, noch blasser und bedrohlicher als Arthos. My Lady sprang mit einem Schrei zurück. D'Artagnan dachte, dass sie Mittel zur Flucht hätte, und da er ihr Entwischen befürchtete, zog er eine Pistole hervor. Aber Arthos hob die Hand und sagte, »Heb diese Waffe wieder an ihren Platz, D'Artagnan. Diese Frau soll gerichtet und nicht umgebracht werden. Warte noch einen Augenblick, D'Artagnan, und du sollst zufriedengestellt werden. Meine Herren, tretet ein.« D'Artagnan leistete Folge, denn Arthos Stimme war so feierlich, seine Gebärde so mächtig, als wäre er ein vom Herrn des Himmels abgesandter Richter. Hinter D'Artagnan traten Porthos, Aramis, Lord Winter und der Mann im roten Mantel ins Gemach. Die vier Lakaien bewachten die Tür und das Fenster. My Lady war auf ihren Sitz zurückgesunken und streckte die Hände aus, als ob sie diese schreckliche Erscheinung beschwören wollte. Als sie ihren Schwager erblickte, stieß sie einen furchtbaren Schrei aus und rief, »Was verlangt ihr von mir?« »Wir verlangen«, erwiderte Arthos, »Anna von Breul, die sich anfangs gräfende La Faire. Und hierauf Lady Winter, Baronin von Sheffield, nannte. »Ich bin es«, stammelte sie mit der größten Gemütserschütterung. »Was wollt ihr von mir?« »Wir wollen sie nach ihren Verbrechen richten«, versetzte Arthos. »Es steht ihnen frei, sich zu verteidigen. Rechtfertigen sie sich, wenn sie es vermögen. Herr D'Artagnan, euch steht die erste Anklage zu.« D'Artagnan trat vor und sprach, »Vor Gott und den Menschen klage ich diese Frau an, dass sie Constanze Bonacieux, die gestern Abend gestorben ist, vergiftet hat.« Er wandte sich um zu Portus und Aramis. Diese zwei Musketiere riefen, »Wir bezeugen das«, und D'Artagnan fuhr fort. »Vor Gott und den Menschen klage ich diese Frau an, dass sie mich zur Ermordung des Grafen von Wart angereizt hat, und da niemand vorhanden ist, damit er die Wahrheit dieser Beschuldigung bezeuge, so bezeuge ich sie. Ich habe gesprochen.« Nach diesen Worten trat D'Artagnan mit Portus und Aramis auf die andere Seite des Gemachs. »Nun ist es an Ihnen, mein Lord«, sagte Arthos. Der Baron trat gleichfalls vor und sagte, »Vor Gott und den Menschen klage ich diese Frau an, dass sie den Herzog von Buckingham ermorden ließ.« »Den Herzog von Buckingham ermordet«, riefen alle Anwesenden mit einem Schrei. »Ja«, entgegnete der Baron, »ermordet. Auf den Brief, den Sie mir geschrieben haben, um mich zu warnen, ließ ich diese Frau festnehmen und übergab sie einem rechtschaffenen Diener zur Behütung. Sie verführte aber diesen Mann, steckte ihm den Dolch in die Hand, hieß ihn den Herzog durchbohren, und vielleicht muß in diesem Augenblick Felten mit seinem Kopf für die Missetat dieser Furie bezahlen. »Das ist noch nicht alles«, sprach Lord Winter. »Mein Bruder, der Euch zur Erbin erklärt hatte, starb innerhalb drei Stunden an einer sonderbaren Krankheit, die am ganzen Leibe schmerzliche Male hinterlässt. Meine Schwester sagt, wie starb Euer Gemahl. »Das ist schauervoll«, riefen Portus und Aramis, »Mörderin von Buckingham, Mörderin von Felten, Mörderin meines Bruders. Ich fordere gegen Euch Gerechtigkeit, und wird sie mir nicht gegeben, so nehme ich mir selber.« Lord Winter trat nun zu D'Artagnan hin und räumte den Platz für einen anderen Kläger. Malady ließ ihre Stirn in die beiden Hände sinken und suchte, ihre Gedanken zu entwirren, die von einem tödlichen Schwindel herumgewirbelt wurden. »Jetzt ist an mir die Reihe«, sagte Arthos, selber bebend, wie ein Löwe beim Anblick einer Schlange bebt. »Jetzt ist an mir die Reihe. Ich heiratete diese Frau, da sie noch ein junges Mädchen war ich, heiratete sie wie der Willen meiner Familie. Ich gab ihr mein Vermögen, ich gab ihr meine Hand, und eines Tages entdeckte ich, dass diese Frau gebrandmarkt war. Diese Frau trägt an der linken Schulter das Brandmal einer Lilie. »Ha!« rief Malady sich aufraffend. »Ich fordere Euch auf, das Tribunal aufzufinden, das dieses schmähliche Urteil über mich verhängt hat. Ich fordere Euch auf, denjenigen zu stellen, der es vollstreckt hat.« »Still!« rief eine Stimme. »Das, zu beantworten, kommt mir zu!« Der Mann im roten Mantel trat gleichfalls vor. »Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann?« rief vom Schrecken fast zermalmt Malady, während ihre Haare sich lösten und sich auf dem leichenfahlen Haupte sträubten, als wären sie lebendig. Alle Augen wandten sich nach diesem Manne, denn er war, Athos ausgenommen, allen unbekannt, aber auch Athos starrte ihn mit ebenso viel Verwunderung an als die anderen. Er wußte nicht, wie derselbe mit dem schauervollen Drama, das sich eben entwickelte, im Zusammenhang stehen konnte. Nachdem sich nun der Unbekannte langsamen und feierlichen Schrittes und auf eine Weise Malady genähert hatte, dass ihn nur der Tisch von ihr schied, nahm er seine Vermummung ab. Malady stielte eine Weile lang mit allen Zeichen eines wachsenden Schreckens das blasse, mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart umwachsene Gesicht an, dessen einziger Ausdruck eine eisige Fühllosigkeit war. Dann sprang sie plötzlich in die Höhe, wich bis an die Mauer zurück und rief, »Oh, nein, 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 das ist eine höllische Erscheinung!« »Ist es nicht! Ha, zu Hilfe, zu Hilfe!« kreischte sie mit heiserer Stimme und kehrte sich nach der Wand um, als wollte sie sich mit ihren Händen einen freien Ausweg bahnen. »Doch wer seid ihr?« riefen alle Zeugen dieses Auftritts. »Fragen Sie diese Frau!« entgegnete der Mann im roten Mantel. »Denn Sie sehen wohl, dass sie mich wiedererkannt hat!« »Der Henker von Lill! Der Henker von Lill!« kreischte Malady von einem wahnsinnigen Schrecken erfasst und sich mit den Händen an die Mauer klammernd, um nicht umzufallen. Alle Anwesenden traten zurück, und der Mann im roten Mantel stand allein mitten im Gemach. Die Ruchlose stürzte auf die Knie und ächzte. »Gnade! Vorwärtsigkeit!« Der Unbekannte wartete, bis es wieder still wurde, und dann sprach er. »Ich sag's, dass sie mich wiedererkannt hat. Ja! Ich bin der Henker von Lill! Vernehmen Sie meine Geschichte!« Die Augen aller waren auf den Mann gerichtet, dessen Worte man mit ängstlicher Spannung entgegenheuchte. »Diese junge Frau war einst als ein junges Mädchen, so schön, wie sie heute ist. Sie war in dem Kloster der Benektinerinnen von Tempelmar. Ein junger Mann von unbefangenem, gläubigem Herzen, der sich dem geistlichen Stande widmen wollte, lernte sie kennen. Sie unternahm es, ihn zu verführen, und ihren Künsten ist es auch gelungen. Ihr Liebesverhältnis konnte nicht lange bestehen, ohne beide ins Verderben zu bringen. Sie wußte, ihn zu bereden, mit ihr die Gegend zu verlassen, um aber gemeinschaftlich zu entfliehen und einen anderen Teil von Frankreich zu erreichen, wo sie unbekannt und eben deshalb ruhig leben könnten, war Geld vonnöten, das keines von beiden besaß. Der junge Mann entwendete die Kirchengefäße und verkaufte sie, doch wurden sie beide in dem Moment verhaftet, wo sie abreisen wollten. Acht Tage darauf hatte sie den Sohn des Kerkermeisters verführt und sich geflüchtet. Jener liebende Jüngling wurde zu zehnjähriger Kettenstrafe und Brandmarkung verurteilt. Ich war, wie diese Frau sagte, Henker in der Stadt Lill. Ich mußte den Schuldigen brandmarken, und der Schuldige, meine Herren, war mein Bruder. Ich schwor es dieser Frau, die ihn ins Verderben brachte und mehr als seine Mitschuldige war, da sie ihn zum Verbrechen anstachelte, dass sie mindestens seine Strafe teilen sollte. Ich vermutete den Ort ihres Aufenthaltes, verfolgte sie, erreichte sie auch, knebelte sie und drückte ihr dasselbe Mal auf, dass ich meinen Bruder eingebrannt hatte. Am Tage nach meiner Zurückkunft nach Lill gelang es meinem Bruder gleichfalls zu entwischen, man klagte mich der Mitschuld an und verurteilte mich so lange zum Gefängnis, bis er wieder dahin zurückgekehrt wäre. Mein armer Bruder wußte von diesem Richterspruch nichts, er war mit seiner Geliebten wieder zusammengekommen und mit ihr nach Berge gegangen, wo er eine Bedienstung erhielt. Er gab diese Frau für seine Schwester aus, der Herr jenes Gutes lernte diese vorgebliche Schwester kennen und verliebte sich in sie, derart, dass er ihr die Ehe antrug. Sie verließ nun denjenigen, den sie ins Verderben gestürzt hatte, um dem Manne zu folgen, den sie zugrunde richten sollte, und wurde Gräfin de la Faire. Alle blickten nun Athos an, denn das war sein wirklicher Name. Athos bekräftigte mit einem Kopfnicken, dass alles das wahr sei, was der Henke gesprochen. Dieser fuhr wieder fort. Mein armer Bruder, dem sie Ehre, Glück und alles geraubt hatte, geriet in Verzweiflung, kehrte mit dem Entschluss, sein Dasein zu enden, nach Lille zurück, und als er von dem Urteilsspruch hörte, der mich anstatt seiner verdammt hatte, begab er sich freiwillig in das Gefängnis, er hängte sich aber noch an demselben Abend am Luftloch seines Kerkers. Um denen Recht widerfahren zu lassen, die mich verurteilt hatten, muss ich anführen, dass sie Wort gehalten haben. Die Identität des Leichnams war kaum nachgewiesen, als man mich wieder frei ließ. »Das ist das Verbrechen, weshalb ich sie anklage, das ist die Ursache, weshalb ich sie gebrandmarkt habe.« »Herr d'Artagnan«, sagte Athos, »welche Strafe fordert ihr gegen diese Frau?« »Die Todesstrafe«, erwiderte d'Artagnan. »Mein Lord von Winter«, fuhr Athos fort, »welche Strafe fordern Sie gegen diese Frau?« »Die Todesstrafe«, entgegnete Lord Winter. »Mein Herrn Portos und Aramis«, sprach Athos, »Ihr, die ihr Richter seid, welche Strafe verhängt ihr über diese Frau?« »Die Todesstrafe«, antworteten die beiden Musketiere mit dumpfer Stimme. M'lady brach ein entsetzliches Heulen aus und zerrte sich auf den Knien einige Schritte gegen ihre Richter. Athos streckte seine Hand gegen sie aus und sagte, »Alla von Breul, Gräfin de la Faire, M'lady Winter.« »Eure Missetaten haben hinieden die Menschen und Gott im Himmel ermüdet. Wenn ihr ein Gebet wisst, so verrichtet dasselbe, denn ihr seid verurteilt und müsstet sterben.« M'lady richtete sich bei diesen Worten, die ihr keine Hoffnung mehr übrig ließen, in ihrer ganzen Höhe empor und versuchte zu sprechen, es versagte ihr jedoch die Stimme. Sie fühlte es, eine gewaltige, unwiderstehliche und unversöhnliche Hand faßte sie an den Haaren und zerrte sie unaufhaltbar fort, wie das Verhängnis den Menschen fortzieht. Sie versuchte daher auch keinen Widerstand mehr und verließ das Häuschen. Dort Winter, D'Artagnan, Athos, Portos und Aramis folgten ihr nach. D'Artagnan, Athos, Portos und Aramis folgten ihr nach. D'Artagnan, Athos, Portokolo und Aramis, Portokolo und Aramis, Portokolo. D'Artagnan, Athos, Portokolo und Aramis, Portokolo. Untertitelung des ZDF, 2020